und hier in dein Schlafzimmer. Was denn? Wo? Da da und da. Das sind Grundpfeiler. Das ist ein Knall. Schwurl. Nein, überhaupt nicht. Doch, da muss abgerissen werden. Die Öfen sind geil. So viel zur Realität, ja? Ja, nicht. Let's Plays EU. Bullshit, nur in zwei. Alter. Sieht ja nicht schön aus. Das sieht gar nicht schön aus. Warte, ich hab ne andere Idee, ich hab ne andere Idee. Ja. Ja, super, super Idee. Ja, hab ich verklickt. Ja, guck mal hier. Ja, und jetzt? Guck mal, das kann sein. Nicht. Sieht doch gut aus, oder? Guck mal, das sieht aus wie so eine Sitzgelegenheit neben den Truhen. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, solltest du vielleicht nur aus Holz machen, sieht doch ein bisschen besser aus. Nö, lassen wir so. Mach jetzt was aus Holz. Ich geh jetzt in deine Crafting Table und mach die aus Holz. Mach doch. Äh, ich brauch Wolle, verdammt. Weil deins ist das Haus, was wir dekorieren. Meins ist das Haus, was einfach cool ist. Nein. Doch. Wir dekorieren nicht, ich dekorier. Das ist mein Haus, ja? Glaubst du selber nicht? Doch, glaub ich wohl. Ich glaub nicht. Äh. Äh. I remember Halloween. Äh. Äh. Oh Gott, fehlt mir noch. Guck mal, wie gut das jetzt aussieht. Genau, ich geh jetzt erstmal in den Wald. Ja. Ist dunkel, oder? Gleich nicht mehr. Stimmt. Guck mal, jetzt sieht ja gut aus, oder? Guck dir mal an. Wunderschön. Das ist purer Sex. Aber hier auch noch. Ey, kannst du dich alles mit Bänken zuziehen, man ist eigentlich behindert. Ey, mach schon weg. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Nein. Warum? Da kommen Bücherregale hin. Ja, ist doch recht. Bilder kommen da hin. Schwule. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Ich hab irgendwie so einen komischen Schattengrafikfehler. Betöns. Awesome. Ach, direkt ein Zombie auf der Tür gestorben. Ich, 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 ich rette dich. Ja, du lootest nur. So, dann mal wieder. Richtig, ne? Richtig, du wolltest Sand haben. Dann flute ich hier mal alles. Na genau, ich wollte einen Zaun verlegen. So, das sieht ganz gut aus, so. 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 Und so. So. Awesomeness. I am so fucking awesome. Da 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 da. Nein. Doch. Einfach ja. Zaun, 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 Zaun. Zaun. Hm. Wie macht man denn einen Zaun? Aus Holz. Was? Das ist schlecht. Du willst doch Holz haben? Ich hab genug. Bist du dir sicher? Ich bin ganz sicher. Hey. Ja. Erstmal Matsche wegmachen, weil ohne Matsche, ne? Ohne Matsche keine Fratze. Richtig. Ohhhh, wir gehen runter. Wieso? Warum nicht? Wieso gehen wir runter? Was machst du denn damit für eine Scheiße? Ja, Sand. Ja. Sand. Ja. Sand. Ja. Ich brauch Schafe verdammt. Ja, brauchst Wolle. Ja sicher brauch ich Wolle. Verinnerst du dich, was ich gerade gesagt habe? Ja, in deinem geheimen Versteck. Ja. Ja. Ja, da ist Wolle. Bin ich auch zu voll hinzulaufen. Das ist ja drückend meine Ecke, du Spacko. Ja. Aber ich mach da auch grad was anderes. Du hast wahrscheinlich schon wieder vergessen, wo mein geheimen Versteck ist, also geheim. Ja, das sowieso. Äh, ne, weg, 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 weg. Hier kommt doch der schäbige Zaun hin. So. Hmhmhmhm. DaЭn Türchen. So. Ich hab den jetzt extra hässlich gemacht. Das gefällt mir noch nicht ganz hier! Ich muss noch mal in den Wald. Du musst den Segler ja auch noch mal schön machen, ne? Was muss ich schön machen? Ich mach gar nix mehr schön hier. Der See ist hässlich geworden. Der ist nicht hässlich. Doch, guck mal. Was ist hässlich? Wieso himmelst du da Steine ab? Ja, weil ich die gebaut hab, damit das Wasser nicht sofort da rein strömt ins Loch. Ich verstehe. Ja. Deswegen ist der See jetzt hässlich. Ja. Der Wald ist auch hässlich hier. Warum bist du im Wald? Im Wald. Warum bist du im Wald? Weil ich Holz brauch. Aha. Oder so Baumholz, ja. So dunkles halt. Warum brauchst du dunkles Holz? Ja, weil ich noch ein paar Akzente setzen möchte in meine Hütte. Mit dunklem Holz. Mit dunklem Holz, genau. Sehr akzentfrei. Ne. Ganz und gar nicht. Warum nicht? Einfach nein. Oh doch. So. So ein Gewächshaus wär auch nicht schlecht, ja. Mhm. Für meine Drogen und so. Oh ja. Das Wasser ist back. Nein. Doch. Überhaupt nicht. Schwör. Schwör. Äh, ja. Schwör. Warum war hier in einem Boden zu Sand hab ich? Sollten vielleicht auch mal große Abenteuer bestehen. Große Abenteuer sollen wir bestehen? Ja. Sollte machen. Sollte machen. Das habe ich letztes schon mal gemacht in der Hölle und dann ist Tiere schief gegangen. Haha. Das war auf jeden Fall ziemlich mies, ja. Sollten vielleicht mal die... Oh ja, ganz viele Blümchen. Die Umgebung etwas erkunden. Äh. Äh. Nicht? Etwa nein? Äh, vielleicht. Weil das wäre schon ziemlich actionreich. Aber erstmal muss ich, ne, ein bisschen... Actionreich. Bisschen gärtnern und bisschen andere Sachen machen. Wichtigere Sachen. Schwör. Hahaha. Zum Beispiel erstmal ein bisschen Gras ernten. Lalalalalalalalalala Hitler Remix. Das sieht noch scheiße aus, das Haus aus der Ferne. Deins, ne? Das glaube ich dir. Gefällt mir auch nicht so ganz. Das ist mir noch ein bisschen zu... Schwul. Nee, nicht das. Da fehlt einfach... Ne? Du weißt schon. Ja, Männlichkeit. Hahaha. Vielleicht. Ein bisschen. Äh. Nananananananananananana... Fackelbäume... Ich hält's von der Idee, dass ich an jedem Baum in meinem Wald, hier oben, ne Fackel dran mache. Wieso dein Wald? Ja, weil ich hier oben einen eigenen Wald hab. Ach, da oben. Weil es dir noch nicht aufgefallen hat, dass ich es selbst gepflanzt hab. Man soll ja in seinem Leben so ein Haus bauen. Ja, hab ich. Baum pflanzen. Ja, Kind zeugen. Nee, lass mal. Aber sonst bin ich schon ganz gut dabei, denke ich. Okay. Du machst das schon. Ja, ich mach das schon. Richtig. Hängt übrigens noch so ein komischer Steinklotz mitten in der Luft. Das hast du dir schon gesehen. Das ist ja neben meinem Haus. Ja, richtig, genau. Ich glaube, da baue ich auch noch ein Haus. Richtig, baue da mal ein Haus drauf. Alter, was wird das denn hier? Götte. Wer hat mir hier einen Schornstein angebaut? Wie einen Schornstein? Ja. Wann haben wir hier auf dein Haus drauf kommen? Ja, wieso bist du da drauf gegangen? Ja, weil ich keine Tür gefunden hab. Ich hab auch eine Tür, ja. Warum klubst du jetzt in einem Loch in deine Wand? Ja, weil ich da ein paar Zähne setze. Dann mach ich noch Hitler. Das ist wenigstens Kontrast. Nee, nee. Doch. Mitte. Kontrast. Nee, kein Kontrast. Akzente. Akzente. Das ist französisch für schwul. Deko. Schwul. Können wir auch so ein paar Bäumchen pflanzen in meinem Garten, ja? Meinst du? Das sieht dann ganz ein bisschen freundlicher und grüner aus. Ja, so wie in meinem Garten. Da sieht du überhaupt nicht freundlich aus. Das sieht ja nicht freundlich aus, da sind Bäume drin. Super. Ja, bei dir nicht. Ich hab aber eine total romantische Bucht hier. Schwul. Hast du schon mal meine Aussicht von hier oben gesehen? Will ich gar nicht sehen. Brauch ich gar nicht. Die ist romantisch, Junge. Meinst du, für den Wintergarten sind deine Special-Scheiben auch gut? Wieso hängt das denn hier gerade? Ah, jetzt nicht mehr. Hast du nochmal Glück gehabt? Wieso ich? Ja, du. Ja. Was hab ich denn mit deinen Hängern zu tun? Ja, ich auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Gewitter. Boah. Woll ich jetzt machen, das hier ist total abgelenkt hier. Ja, das ist ja gut. Ach ja, richtig, genau, Dach-Kontraste. I don't need to fucking cry, my little bitch. Aber dazu brauch ich ein Matsch, ja? Du hast ja auch so komische Pfeiler gebaut. Wie baut man die? Die da an deinen Treppen hast. Welche Pfeiler? Ja, aus Zäinen. Wie baut man denn einen Zäun? Ja, aus Dickies. Und dann machst du die unteren sechs Dinger voll. So, dann noch den Zaun. Okay. Dann hast du den Zaun. Ja, mal schauen. Krass, ne? Krasse Scheiße. Nein, verdammt. Aha. Ich hab dich vom Dach gefallen. Unteren sechs. Nee. Ja, mit Stickies. Gucken wir mal, wie der nachher aussieht hier. So, no need to fucking cry, your mother sucks. Wenn ich die übereinander baue, dann, oh. Dann sind sie übereinander. Ja. Geht so awesome. Das funktioniert aber nicht so, wie ich das möchte. Ich möchte mir eine Treppe bauen. Ach man, wieso hätte er mich noch nicht festgestellt. Weiß ich doch nicht, was du da schon mit Quatsch machst. Schhh. Hm. Na? Ach, verdammt. No need to cry. Sag, sag, sag. Sag, sag. Ne, nur wie. Was? Wird schon wieder dunkel? Wird schon wieder dunkel? Ich kann gerade nicht sein. Mir war relativ egal. Mir war relativ egal. Nee, mir aber gerade nicht. Weil ich immer noch hier am Dachdecken bin. Ja, ich will immer noch einen Keller bauen. Ich will immer noch einen Keller bauen. Super. Jo, ich denke auch. Aaaaaaah. Ja, Glas. Need more Glas. So. Das können wir schon mal so, wie so Heldenbein. Er kann sich ruhig, äh, Peter nennen. Nein. So. So, jetzt habe ich neues Glas. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier. Hier ist jetzt wesentlich mehr Tiefe drin. Das können wir mal bei mir gucken kommen, was ich jetzt geiles gebaut habe wieder. Warum funktioniert das nicht mit deinem scheiß Zaun hier? Ich bin geile Sachen nicht gerade. Du kannst den scheiß Zaun nicht mit einer Glasfasch kombinieren. Du kannst den scheiß Zaun nicht mit einer Glasfasch kombinieren. Nee, du brauchst die Klötze für. Ist aber hässlich. Weil, ja, geht aber nicht ohne. Wo baut der denn da die... Sieh, jetzt will ich mal kreativ und was schönes bauen, dann funktioniert das wieder nicht. Was schönes bauen, dann funktioniert das wieder nicht. Scheiß Ding. Scheiß Ding. So ist das halt, ne? Nichts funktioniert hier. Nichts funktioniert hier. Nur bei dir. Nur bei dir. Ja. Dann bräuch ich halt nen ganz gewöhnlichen... Scheiß Haus. Ja, hier. Keller. Weissel Handlung.